Hallo lieber Leon Schminz-Sammelfreunde, Thema SSV Ulm, Regionalliga Sud-West, 2022-2023, 24 Spieltag, SSV Ulm gegen SSV Frankfurt, Ergebnis 1 zu 4. Startelf, SSV Ulm, Urtrag, Deier, Reichert, Hensen, Alineach, Arendt, Hickerell, Schimitis, Hannemann, Jan, Röser, FSV Frankfurt, Startelf, Heinin, Reuter, Knochte, Avasi, Reismann, Müller, Sandomir, Uli, Lüte, Vicky, Vesrico, Boutincardt, Frankrug, das war's von SSV Ulm gegen FSV Frankfurt, 20.07.